Im Ambassador-Programm vereinen wir einerseits ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer von nationalen Meisterschaften, aber auch von internationalen Meisterschaften. Wir möchten die Plattform bieten, sich über Berufsmeisterschaften heraus zu vernetzen, aber auch das Know-how und die Erlebnisse und Geschichten nach Hause zu tragen. Für mich, als Ambasiatrice, bedeutet das, meine Profession zu representieren, meine Kantone zu representieren und meine Erfahrungen zu erzählen. Ich möchte meine Geschichte, um meinen Erlebnissen zu erklären, meine Kraft, meine Fäblessen und alles, was mich in den Swisscales interessiert hat. Ich bin Swisscales-Ambassadorin, weil ich gerne junge Leute motivieren möchte, um auch diese X-Mile zu gehen und so etwas Spezielles erleben, wie ich sie erleben durfte. Das machen wir einerseits an Anlässe oder an die Vorträge an Berufsfachschulen oder mit einem digitalen Profil. Die Vorteile, die ich aus dem Programm entferne, sind, dass wir viele Gespräche haben, wir sprechen mit Menschen in anderen Sprachen, in anderen Formen und in anderen Formen. Wir lernen viele neue Dinge über das Erlebnisse und die Suisse. Als Swisscales-Ambassador profitierst du von einem unglaublich coolen Netzwerk. Aber nicht nur das, nein, du wirst jährlich zu einem Social-Event eingeladen und aus dem Angebot von Swisscalesühren profitiert. zitiert Bis zum nächsten Mal.